Hi, ich erkläre euch jetzt in einer Minute, warum ein Feuerwerksverbot zu Silvester wegen Corona keinen Sinn macht. Seitdem der Klima- und Umweltschutz für die Leute immer wichtiger wird, wird auch die Forderung nach einem Feuerwerksverbot immer lauter. Es wurden zum Beispiel Daten wie 4.500 Tonnen Feinstaub und viel klimaschädliches CO2 verbreitet. In einer Studie eines unabhängigen Institutes, die übrigens auch vom Bundesamt für Umwelt bestätigt wurde, heißt es, dass Feuerwerk mit 0,0003% der Emissionen nicht klimarelevant ist und auch der hygroskopische Feinstaub ist über zwei Drittel weniger als gedacht. Da kommt Corona für die generellen Feuerwerksgegner natürlich zum perfekten Zeitpunkt. Das Hauptargument ist es, dass durch weniger Unfälle durch Feuerwerk die Kliniken entlastet werden sollen. Das Problem ist nur, dass die Kliniken selber sagen, dass nur 5% der Unfälle an Silvester auf Feuerwerk zurückgehen und die meistens noch durch illegales Feuerwerk. Partys sind ja verständlicherweise sowieso verboten und da darf es kein Problem sein, wenn man im Kleinkreis der Familie vor seinem Haus ein paar Raketen zünden will. Und das alles ohne Infektionsrisiko.